moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video geht es um das kostenlose backblicken worüber ich schon ein video hochgeladen habe und zwar ist mir bei diesem video ein fehler unterlaufen leute denn ich habe mich mit dem datum vertan erst einmal wollte ich mich bei euch allen entschuldigen und ich bitte um euer verständnis tut mir leid dass manche wegen mir ein bisschen länger wach geblieben sind aber ich bin auch nur ein mensch leute ich mache auch mal fehler und ja ich bitte um euer verständnis leute um das ganze jetzt richtig zu stellen wie ihr das backblicken doch bekommt ihr müsst am samstag um drei uhr nachts party royal spielen damit ihr das backblicken bekommt also nicht am freitag so wie ich im anderen video gesagt hatte also heute am ersten fünften sondern von der nacht auf freitag auf samstag um drei uhr nachts den zweiten mei leute ja tut mir noch mal leid und ich freue mich trotzdem über euren ganzen support leute vielen dank dafür und bis zum nächsten mal ciao